was geht leute ich bin's johannes ich begrüße euch herzlich zu einem neuen video auf meinem kanal ja leute das ist das video was ich euch schon ich glaube ich habe euch das glaube ich schon in einem meiner letzten videos erklärt das ist das abschluss video meiner serie minecraft mine time und ja leute seid nicht so traurig es kommt noch eine serie aber bevor ich diese serie mache kommt auf jeden fall noch eine compilation der serie minecraft mine time ich werde von jedem video beziehungsweise stream den ich gedreht habe in minecraft mine time ein ausschnitt machen und ich werde das als video verpacken ich werde das schneiden vernünftig wird auch vernünftige musik rein machen und ich werde es dann auch hochladen und ja leute ich überlege noch mittlerweile vielleicht mache ich bald eine dings eine wie heißt eine wet essen challenge mit meinem bruder ich verspreche euch nichts leute aber jetzt kommt das große aber es kann sein vielleicht machen wir das irgendwann ich habe richtig bock neue neuen content zu bringen also verschiedene sachen zu machen und ja leute es warten auf jeden fall noch coole zeiten auf euch leute auf diesem kanal und ja leute ich hoffe das video hat euch gefallen über ein like und ein abo würde ich mich natürlich freuen schreibt in die kommentare was für videos ich reden könnte was für content ich zum beispiel bringen könnte und ja leute passt auf macht keine scheiße und haut rein